Hallo, ich bin etwas erkältet, aber die Show muss weitergehen. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ja, es gab jetzt eine Weile keine Videos, ein paar Wochen. Erst hatte ich keine Zeit dafür und dann bin ich etwas krank geworden und das ist natürlich nicht optimal für Videos, deswegen habe ich eine kurze Pause eingelegt. Und jetzt geht es aber, denke ich mal, nächste Woche wieder weiter, hoffe ich zumindest, dass es bis dahin besser wird. Gut, ein paar andere Themen, die jetzt auch sehr interessant werden für euch vielleicht. Erstens, im Community-Tab habe ich eine Abstimmung. Ich würde mich freuen, wenn ihr da teilnehmt, das ist mir doch sehr wichtig, das Thema und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr abstimmt. Ein paar Leute haben schon abgestimmt, 13 Stimmen, finde ich cool. Wäre aber cool, wenn ihr das auch noch machen würdet, wenn ihr das Video hier seht. Einfach kurz abstimmen, tut nicht weh, dauert eine Minute maximal. Lest euch kurz durch, worum es eigentlich geht, kann ich aber auch kurz erklären. Auf Artstation protestieren gerade sehr viele Künstler gegen AI, wie man hier deutlich erkennen kann an diesen durchgestrichenen AI-Zeichen. Mittlerweile sind sie in Round 3 und Round 4 müsste heute auch noch starten. Ja, sie protestieren gegen AI-Art und das finde ich auch gar nicht so verkehrt an sich, okay. Aber meine exakte Meinung zu dem Thema werde ich natürlich dann in einem separaten Video erläutern und darum geht es in dieser Abstimmung, okay. Nur, dass ihr das mal gehört habt, worum es eigentlich geht. Ich werde weiter AI-Tutorials machen, das lasse ich mir nicht nehmen, aber ich möchte meine Meinung zu dem Thema AI euch vermitteln, um euch vielleicht auch mal die Sache näher zu bringen, wie Künstler denken und umgekehrt, wie Nutzer von AI-Art denken. Dass ihr da vielleicht ein bisschen auch seht, wie denken die einzelnen Lager, worum geht es hier eigentlich. Weil die Künstler beschäftigen sich zu großen Teilen gar nicht mit AI-Art und die AI-Art-Nutzer beschäftigen sich zu großen Teilen gar nicht mit den Künstlern. Und das finde ich sehr, wie soll ich sagen, unangenehm, dann irgendwie, weil ich sitze irgendwie zwischen den Stühlen. Ich finde das eine geil, ich finde aber auch das andere geil. Und ich sitze irgendwie zwischen den Stühlen und irgendwie fühlt sich das an, als würden da gerade zwei Armeen, wenn man es so ausdrücken will, aufeinander losgehen mit Stöcken und sich gegenseitig verprügeln, statt miteinander zu reden. Und ich sitze daneben und denke mir so, hm, irgendwie ein bisschen unangenehm, versteht ihr? Und deswegen würde ich gerne darüber reden. Mit vernünftigen Leuten. Genau. Und mit euch dementsprechend. Ihr seid vernünftig. Ich gehe mal davon aus, dass ihr vernünftig seid. Gut, nächstes Thema. Heute Abend würde ich gerne Among Us spielen, um 21 Uhr. Ich bin ein bisschen erkältet, kann sein, dass ich zwischendurch mal ein bisschen huste. Aber ich denke mal, ich kriege das hin, dass ich Among Us spiele. Vielleicht muss ich mir auch mal ein bisschen die Nase putzen zwischendurch. Aber ich denke mal, da kann ich mich kurz wegmuten und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Wenn ich merke, das geht gar nicht, dann mache ich halt den Stream aus. Ist auch nicht das Thema. Aber ich würde gerne ein bisschen Among Us mit euch spielen. Ich hätte da echt Bock drauf, jetzt den neuen Hide and Seek Modus. Also wenn ihr Bock habt, mit mir, mit der Community heute Abend 21 Uhr Among Us zu spielen, fände ich mega super. Hätte ich mega Bock drauf. Und das wäre cool, weil wir haben auch letztens Vollgeist gespielt live zusammen mit Zuschauern. War mega cool, hat mega Spaß gemacht. Und allgemein macht es mega Spaß, mit euch zu spielen. Finde ich einfach mal die Community ein bisschen zusammenzurücken. Finde ich mega geil. Und da habe ich mega Bock drauf. Gut, also neue Tutorials kommen auf jeden Fall. Und bitte die Abstimmung einmal kurz machen. Und dann habe ich noch ein neues Thema. Mittlerweile sind Videos und Livestreams hier getrennt. Und auch auf meiner Übersicht, auf meiner Startseite, sind jetzt hier nicht Livestreams mehr dazwischen, sondern wirklich nur Videos. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn ich zu viele Livestreams mache, irgendwie, keine Ahnung, dreimal die Woche Livestreame oder so gefühlt, dass ich dann meinen Kanal zuspamme. Weil wenn man dann hier auf Videos geklickt hätte, dann wäre hier irgendwie dann alle 40 Meilen gefühlt mal ein Tutorial-Video oder so. Und das würde irgendwie keinen Sinn machen. Das fühlt sich irgendwie komisch an, finde ich persönlich. Oder auch auf meiner Startseite. Dann wäre hier hinten irgendwo ein Tutorial und der Rest wären hier Livestreams. Das fand ich nicht so schön gelöst von YouTube. Und ich finde, das ist jetzt etwas besser gelöst, das zu trennen. Und deswegen möchte ich ab nächsten Jahr, ab Januar, mehr streamen. Ich möchte streamen den Workflow von meinem nächsten Projekt, was ich starten möchte. Ich möchte selber ein Spiel entwickeln, was mir persönlich am Herzen liegt. Und ihr werdet, wenn das Spiel fertig ist, auch von mir erklärt bekommen, warum mir das am Herzen liegt. Das liegt mir sehr, wirklich sehr am Herzen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach live ein bisschen dabei seid, wenn ihr ein bisschen reinguckt. Was habe ich vor? Was möchte ich machen? Es wird viele Sachen geben. Ich werde Bilder malen. Ich werde vielleicht ein bisschen Story schreiben, soweit wie ich nicht spoilere dabei. Einfach ein bisschen. Entweder mache ich es im RPG Maker oder im VN Maker. Ich bin mir noch unsicher, weil es soll eigentlich eine Visual Novel werden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal dabei seid. Einfach mal ein bisschen reingucken. Und wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Dann mache ich es halt für mich alleine. Ist auch cool. Dann streame ich für mich alleine und mache den Alleinunterhalt dann einen Spaß. Ja, das war es eigentlich soweit von mir. Also es werden auf jeden Fall wieder Tutorials kommen. Denke mal ab nächste Woche. Ich hoffe, da fühle ich mich fit. Es werden wieder Tutorials kommen. Und dann möglichst wöchentlich. Und Livestreams, denke ich mal, ab Januar. Das wäre dann die erste Januarwoche hier ab dem 2. Januar irgendwo würde ich dann anfangen, ein bisschen live zu streamen. Vielleicht in regelmäßigen Anständen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, wann ich es mache. Da schauen wir einfach mal. Aber es werden auf jeden Fall mehr Livestreams auch unter der Woche einfach mal so kommen. Vielleicht mal nur eine Stunde oder zwei Stunden oder so. Das wollte ich euch nur sagen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ihr könnt dann natürlich auch ein bisschen mitbestimmen, was ich streame und so. Hätte ich auch mega Bock, wenn wir dann gemeinsam irgendwas machen. Ja. Gut. Das war es soweit von mir. Tschüsseli.